Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Weißt du, wer du bist? Der einzige Mensch auf der Erde, der mir das Gefühl gibt, nicht allein zu sein. Ich weiß Dinge über sie, wer sie wirklich sind. Du willst das doch gar nicht, Roy. Für dich zählt das Spiel, der Adrenalinschub. Und selbst wenn es so wäre. Offenbar hatten sie eine bewegte Vergangenheit. Damit könnte man mehrere Leben füllen. Binnen eines Augenblicks verändert sich dein Leben. Es ist kurios. Man tut Dinge, die man nie für möglich gehalten hätte. Geheimnisse zwischen dir, Gott, dem Teufel und den Toten. Du hast keine Ahnung, wer er ist? Dein film Untertitelung des ZDF, 2020